Heimiter von Doderer Tod vor Wut oder der Garaus Nach Empfang der Benachrichtigung erlitt er einen so beispiellosen Wutanfall, dass er in etwa einem Meter Höhe mit beiden Beinen zugleich gegen die Wand sprang und in ein hier hängendes Bild hinein, das schmal und hoch hinter Glas und Rahmen befindlich war. Danach von der Wand und dem zertrümmerten Gemälde alsbald wieder abgefallen, lag er am Rücken auf dem Teppich und zappelte, gelangte dann auf die Beine und begann zu brüllen. Unglücklicherweise erschien in diesem Augenblicke der Lieferbursche des Buchhänders von gegenüber mit einigen bestellten Bänden. Jenem versetzte er sogleich zwei derart entsetzliche Ohrfeigen, dass der junge Mann die Treppen fast zur Gänze hinabfiel. Doch als der Tobende sich nun auf ihn stürzen wollte, um ihm vollends den Gar auszumachen, rührte jenen ein Herzschlag und er verstarb an Ort und Stelle und auf dem Treppenabsatz. Das Gebrüll hatte von allen Seiten Menschen herbeigerufen. Diese umstanden jetzt den auf so lärmende Weise Entschlafenen. Unter ihnen des Buchhändlers Bursche, dessen Antlitz kürbisgleich geschwollen war. Auf dem Teppich soll ein Brief gelegen haben, der wohl die eigentliche Todesursache enthielt. Doch sei der, hieß es, keineswegs vom Buchhändler gekommen. Man erkennt im Ganzen, wessen man sich auch von einem Sterbenden mitunter zu versehen hat.